Commander, Carter hier. Es ist absolut lebenswichtig, dass Sie einen Kommandobot hier rüberbringen. Vermeiden Sie Ihren Kontakt. Nur genug Zeit, um das Flugzeug zu kommen, um auf dem schnellsten Weg wieder rauszukommen. Das kommt nicht so, dass Flugzeug zu kommen. Also verleugen Sie keine Zeit, was anderes. Untertitelung des ZDF, 2020